Hallo, hier haben wir ein Hohner Bravo MyColor mit integriertem Mikrofonsystem der Firma Harmonic Microphones. Der Clou ist, man kann auswählen ob Bass- und Diskantseite über zwei Kanäle oder über einen Kanal ausgegeben werden sollen. In meinem Fall gebe ich über den Stereo Klinkenausgang die Diskantseite und die Bassseite über zwei verschiedene Kanäle raus. Und jetzt kommt das Coole. Der Bass wird durch den Microcosm geschickt und die Diskantseite durch den Blue Sky. Und wie das klingt, zeige ich euch jetzt. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020